Ja, hallo, ich bin Susanne Barweg. Ich habe gerade zusammen mit dem Michael Vogelbacher eine Session zum Thema Landing für E-Books gemacht. Wir haben also diskutiert, wie diese kommerziellen E-Book-Modelle bei Autoren, Verlagen und Nutzern ankommen, also zum Beispiel das, was Scooby macht. Und es ging hauptsächlich um das Thema, kannibalisiert so ein Modell sozusagen den Verkauf von E-Books oder gibt es sozusagen neuen Umsatz dadurch. Das war so die Hauptdiskussion und die Lager waren sozusagen gleich auf.